Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und es geht weiter mit den, die eidgebundenen Aufträge. So, Teil 2, da sehen wir es, Phase 1 von 4 und zwar kontaktiere Risswächter Stellan, wenn man ihn so nennt, ich weiß es nicht, an einer Hologrammschale. So, die Hologrammschalen, zack, sehen wir hier oben, 3 Stück Gips. Wir gehen einfach zu irgendeiner, interagieren damit und was dann passiert, zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir jetzt eine von diesen besagten Hologrammschalen, können wir auch nicht verfehlen mit dem Ausrufezeichen und einfach nur hingehen, zack. Nötige deine Hilfe. Sammle Baumaterialien und setze sie dann am Tor ein. Und in diesem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Baumaterialien platzieren. Das ist dann hier oben, aber das gibt es im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.